hallo meine lieben hier ist wieder eure sabrina und heute möchte ich mit euch zusammen die look fantastic muttertags kollektion box kiste riesig auch richtig schönes design die lassen sich ja mal für diese special boxen lassen sich immer richtig was einfallen look fantastic das sind eigentlich immer so meine liebsten bei denen einmal ein your day to shine was alles dabei ist dann fangen wir einfach mal an von originals origins ah das ist hier die der toner den hatte ich auch schon in klein doch also von origin war ich eigentlich bis jetzt mit fast allen zufrieden so dann haben wir hiervon news where we rose ein mit zellenwasser von christopher robin eine feuchtigkeitsspende hamaske dann haben wir von bloß blumen blossen relaxing ein duschöl da bin ich mal gespannt also über deinen körper soll es massieren bevor du es mit einem warmen wasser unter der dusche genießt und das dann hier so raus so da tut man sich quasi erst schön damit einmassieren und dann ab und da die dusche abspülen weil ich das jetzt richtig verstanden gedeutet habe ziemlich dezent hier haben wir von sarah chapman london morning gesichts tages elixier das sieht ja mal geil aus von der verpackung doch das gefällt mir man dann gleich so eine bin da ja auch so ein bisschen verpackungsabkommen wenn man so eine solche verpackung hat macht es dann doppelt so viel spaß so was zu benutzen so dann haben wir hiervon kauderli reservatol lift eine kaschmiercreme und als allerletztes haben wir von ila masker das ist alles so eingestaubt von diesen da das war es auch von diesem kümelzeug schönen lila gehalten und das war es auch schon wieder wenn euch mein video gefallen hat würde ich mich über einen daumen nach oben freuen und ein abo bis zum nächsten mal eure sabrina tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal